happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute und guten sachen und herzlich willkommen bei red or gamble ich spiele heute mecharena denn heute ist montag montag m mecharena und ja ich würde mal sagen wettbewerb geht glaube ich gar nicht nein in 18 minuten nein heute geht es nicht morgen erst ich werde spielen habe ich eine quest control genau ich spiele kontroll konflikt kontroll punkt einnahme also viel spaß bei drei runden kontroll und die erste runde geht los wir starten mit unserem slim shot ich muss drei Kontrollpunkte ach man schläuft aber genau vor die nase wir müssen drei kontrollpunkte einsammeln heute jetzt gleich hier so zack zwei haben wir schon noch nicht können so haben wir den weg und Ich wurde anvisiert mit Zielsucher-Rakete. Weg, 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 weg. Oh, super. Einmal gestunt und einmal... Okay, der ist weg. Ich habe... Ich habe... Geil, wie sieht mich an? Naja, nicht doch, ich habe recht. Naja. Aber ich habe einmal schön alle abgelenkt hier. Ja, alle vielleicht nicht nur ein paar. Zerstören. Zerstören. Oh, jetzt bin ich gleich tot. Oh ja. Es wird spannend. Nein, okay, so spannend nicht. Ich denke mal, wir werden gewinnen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Verbreitet Unruhe. Schnell weiterlaufen. Spurte dich. Spurte dich. Ja. Ein bisschen zu langsam gewesen. Aber es ist egal, ich habe ja noch drei andere nichts. Aber ich bin... Was ist das? Was ist das? Alle tot? Alle meine Mitspieler tot? Verlieren wir doch noch. Verlieren wir doch noch. Ich dachte wir gewinnen. Es sah die ganze Zeit so gut aus. Und dann waren auf einmal alle tot, bis auf ich. Was haben die gemacht? Was haben die gemacht? Wie ist die Umrechnung? Vier Queste fertig. Neun Kills. Acht Kills. Acht Kills. Acht Kontrollpunkteinnahmen. Fünf. Gibt es doch nicht. Ja, okay. Egal. Ich würde mal sagen. Es geht weiter. Ich war der beste Spieler. Auf jeden Fall gewesen. Und dann verloren. Ach ja. Gut, dann bis gleich. Die zweite Runde geht los. Ich hoffe, die war besser als die davor. Obwohl die davor war schon richtig gut gewesen. Aber irgendwie waren alle meine Mitstreiter schon tot. So. Jetzt sehen wir mal ihn hier. Auf Wiedersehen. Und springen wir mal hier rauf. So. 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 Schade, schade. Nachladen. Das Nachladen dauert so lange. Nachladen. Schnell rüberflitzen. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Keine an, bisschen nah ran. Zack. Upsack. Nicht gerade zu gut geschossen, aber zwei wenigstens daumen gewesen. Zack. Oh Gott. Zack. Der Aufweg. Ach, schon wieder der. Welcher Hohna? Oder Hohna? Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ah, noch ein Wäsch habe ich. Das sieht nicht gut für mich aus. Das sieht nicht gut für mich aus. Gehen. Oh Gott. Und jetzt. Ich weiß auch nicht, was ich nicht zu tun. Und das ist nicht so schnell. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Alter nein, das gibt's doch nicht, das war mein letzter Mech, mh, dann schauen wir mal was die ja dann hier machen. Ach, den komm ich auch nicht. Selten, dass ich bei allem meine 5 Mechs verliere, wirklich selten. Passiert man zwar manchmal. Mal verloren, schon wieder ärgerlich. Oh, ich habe in dem VPE Platz gekriegt. Und wir haben, wie gut war ich? Ich war trotzdem der Beste aus meinem Team. Aber nicht aus dem ganzen Spiel. Da war hier der Mechahona oder Mechahona der Beste. Gut, dann sag ich mal, dritte Runde, let's go. Let's go, die dritte Runde. Aber jetzt wäre mal richtig hier. Absahnen. Bestimmt. Die Runde muss ich jetzt geben. Ich habe gerade gesehen, ich habe noch eine Quest hier mit der Ember Gang. Die läuft noch ein paar Minuten. Also hier muss ich mit dir jetzt spielen. Okay. Gut, muss ich jetzt gerade nicht mehr spielen. Ich glaube, das war es auch das letzte Mal, was ich jetzt mit dir machen konnte. Sprich. Die Zeit muss jetzt vorbei sein. Für die eigentlich ist. Die Helix-Rakete macht wirklich so wenig Charme bei mir. Ich freue die komplett ab und das ist immer nur ein halbes Leben weg. Wir brauchen noch ein halbes Leben weg. Wir brauchen noch ein halbes Leben weg. ... als Inverteid, die ja auch im ersten Mal weg. Zu dem, wenn wir wieder zurückgehen. Wenn wir noch ein halbes Leben wegwerfen können. Okay. Nice. Damit hat er mich gekriegt. Aber egal. Das müssen wir jetzt gewonnen haben. Das ist ja jetzt schon. Oh nein. Jetzt ist es doch ein Muss gewinnen. Okay. 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 Noch ein Gegner. ich habe mich da da und so schnell ach, alle möchtest daumen oh ich bin wieder dabei MVP, aber ich war nicht der beste diesmal da war ich bestimmt der Trickbeste oder sowas mal immer wenn ich der beste Spieler bin, dann ein Verlierer also, ich war nicht der beste, ich war nur der zweitbeste ja, insgesamt war ich der zweitbeste super dann würde ich mal sagen, das war es für heute ich sage, danke schön für das Zuschauen ich würde mich freuen, wenn ihr mal nichts gehört brauchen,AKE dort wird steigern Katur bassinen Ciao 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 Bis zum nächsten Mal.